Ein wirklicher Digital Turn in der Bildungslandschaft wäre, wenn wir den Input, der im Moment in der Institution stattfindet, herausholen können, dort in die Hausaufgabenecke drängen sozusagen, da wo die Lernenden selbst steuern, wann und wie sie lernen, um dann den wahren Bildungsprozess zurück in die Institution zu holen, da wo er begleitet wird von der Peergroup ebenso wie vom Lehrenden.